Wir spielen mal wieder Konsulat, leider nicht Geisel, aber Geisel wird ja viel zu selten gespielt, leider das leidige Thema. Und damit hallo derseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ich denke mal wir müssen bei der Garage rein, die anderen die müssen sowieso irgendwas auswählen am Ende, wenn das jetzt zufällige Operatoren sind, dann ist die Wahl gar nicht immer so schlecht. Gibt's Schlimmere. Schwarzblatt ist noch am schlimmsten, wenn sie die spielen können. Und spielen. Und können. Und spielen. Ich mag auch Kekse. In der Garage sind sie nicht. Automat offen. Ich fahr mal ganz hoch. Ja, ganz oben Paulsatz. Da haben wir schon Jäger. Da ist auch Westmann. Ich hab keinen Arm, ne? Ja. Gut. Frau Frost. Und da. Der Guman. Oh nein, Lesion. Oh nein, wir haben zwei Fallengegner. Hätte ich doch EMP mal genommen. Ne, sogar drei Fallengegnern. Da haben wir EMPG gefunden. Ja. Jiggen zuckelt herum, das bist du, okay. War die Kamera hier hinten oder war die? Die war hier. Da, gelber Pink. Und die andere war auf der anderen Seite. Ja, bei der Garage. Was war denn eigentlich hier oben rein? Bei den Büros. Aber woanders kann man sonst nicht rein. Ich muss erst mal auf ein Dachfenster gucken. Hm. Hm. Jetzt schmeißt jemand die Viecher zu mir hoch. Nein. Ah, daneben gesprungen. Mist. Eine Kapkanone. Oh, zwei bei mir drin. Unter mir sind zwei Gegner. Toll. Wo sollen wir denn jetzt rein? Beim Bad? Da hat bestimmt auch jemand. Hier kommt es mal rein. Hier kommt es mal rein. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe auch keine Drohne mehr. Bist du auch dein... Wenn ich jetzt hier reingehe, sterbe ich doch. Wer nix wagt, der wagt nix. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Keine Kapkamine. Hey. Also wenn du hier auch reinkommen willst, ich bin schon mal drin. Ne, ich hole gerade den Entschärfer. Entschärfer ist jetzt gesichert. Nein. Da kam der von rechts. Ich dachte, der kam von links. Der hat doch von links Geräusche gemacht. Oh, was? Ja, genau. Er sieht mich. Logisch. Ja, genau. Das ist logisch. Ja, genau. Das ist logisch. Ein Schuss trifft natürlich. Ich hole mal was zu trinken. Aber nicht so doll. Das ist logisch. Fast. Ladebildschirm siegt. Jetzt sind wir auch hier oben. Achtung, die Gegner haben eine Bombe befunden. Na toll, geht schon einer. Na, kommt schon. Jetzt kommt jemand vor. Da müssen noch mehr kommen. Da ist jemand. Vier. Komm, noch einer. Äh, jetzt zieht ihr die Kamera, oder? Jetzt. Mist. Okay, Fuse haben sie. Stürze nicht bereit. Geh mal weg. Ich gehe mal zur Tür. Äh, zum Fenster. Danke. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Trabbel. Ja. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Halt unter die Tür, unter den Spalt. Ja. Halt durch. Scheiße, ey. Vorsicht. Du wirst verfolgt. Ja, calm. Ah, ja. Äh, anderes Treppenhaus hat Schärmen. Gapschrauben, oder? Gapschrauben, oder? Gapschst du? Ja, die Gapschrauben. Stimmt, die sind in den Klappenhaus. Sind in den Klappenhaus. Esches Markiert. Jetzt bin ich markiert so wie Esch. Nein. Jemand hat dich wie wir. Ach. Ich hab mich doch zurückhalten so mit meiner Markierung. Aber ich wollte aus dem kacken Raum raus. Ah. War doch längst unter der Kante, aber Killcam muss ja nicht richtig sein. Jetzt sind die bestimmt in der Garage. Hahaha. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspielen. Was ist schon? In der Garage. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Guck. Ja, langweilig. Ja. Am besten nicht DNC durch das Spiel. Das sowieso. Kapkan ist aber schon mal gut für IQ. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Oh. Ah, Jäger haben sie. Okay, den kennen wir schon. Neee. Tschüss. Ah, Jäger. Den kennen wir schon. Ach, die Bombe haben sie auch. Okay. Die Bombe. Da ist ein Kopf. Irgendwo ist ein Fenster aufgerüst. Okay, okay, okay. Das ist ja bloß nie egal. Jetzt wollte ich stehen bleiben, weil ein Scan-Vorgang vorgenommen wird. Ja, du bist auch gespottet. Ja, merk schon. Ja, oben, 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 ganz oben ist einer. Ach man, da wollte ich rein. Da ist nämlich das Fenster offen. Da ist eine Drohne. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Wieso macht der Entschärfer sowas? Wo ist jetzt der Feind? Okay, dann... Sprenglager ist einsatzbereit. Zwei Minuten noch. So. 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 Neben mir ist jemand. Gelber Ping. Jetzt nicht mehr. Ja. Ich scanne nach Geräten und fallen. Blöde Kamera. Ich habe eine Bombe gefunden. Okay. So. 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 Am gelben Ping ist jemand. Wir müssen den finden 15 Sekunden. Ich glaube, der ist beim Entschärfer. Das war eine Mine. Gut. Die ganze Zeit die Fustinger da. Ah, der war die ganze Zeit da beim Kühlschrank, okay. Der hat nämlich die ganze Zeit dort Lärm gemacht. Ich hätte gedacht, der wäre die Treppe hochgegangen, weil er weiß, der Entschärfer liegt da. Und der muss den bewachen, weil er der Letzte ist. Ich bin zum Glück nochmal mit der Kamera vorher rein. Das ist der richtige Angegestalt. Ja, das ist gut. Apropos Kühlschrank. Ich glaube, da könnte man unten irgendwo draufspringen. Wenn wir jetzt beim Empfang sind, versuche ich mal was mit Störsendermann. Kannst du oben auf den Kühlschrank, kannst du... ...meine ich nämlich auch, weil... ...maßen wir jetzt nicht. Ja, kannst du jetzt probieren müssen, ja. Ja, mach ich jetzt nicht. Ich kann mich darum, dass wir eben 2-2 machen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Störsendermann. Störsender gestartet. Bereit. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Na, wieder da. Termin haben sie das nicht gut. Aber wobei, wenn sie nicht EMP-Mann haben, haben sie ein kleines Problem bei der Garage. Wer ist das letzte Fragezeichen? Ist der schon vorbeigehuscht oder schläft der noch beim Spawn? Magazin wechsel! Ja, das gibt es nicht. Störte Störsender. Einer ist in der Garage. Hm, merk's. Beim Treppenhaus ist, glaube ich, Lärm gewesen. Ja, der war vor der Garage-Lärping. Ja, die haben EMP-Mann. Oder irgendwas. Dein Störsender ist jedenfalls gut schief. Das ist nicht gut. Hast du nur einen? Nee, die haben, glaube ich, mit Esch unten durchs Loch geschossen. Ah, okay. Warte, ich hole einen. Hoffentlich reicht das noch. Ich wollte auch schon immer mal das Esch-Geschoss zerschießen. Mit der Hoffnung, dass die nochmal hier reinschießt. Dann sterbe ich eher. Ah, es kommt wieder. Das war die Tür oben. Die hat kein... Ich weiß es nicht. Ich wollte es aber mal ausprobieren. Aber die Garage bleibt zu, weil das war das zweite Esch-Geschoss. Esch ist auf jeden Fall die Treppe hoch. Okay. Gab es schrumpft, vielleicht. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut, da sind wir hier. Ich weiß auch nicht, wohin mit mir. Okay, da kommt Kapschro an. Letzter verbleibender Gegner. Letztes Termin, der ist markiert. Er ist tot. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Hier, Mann. Chup, 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 chup. 2-2. Ob wir jetzt nochmal zur Garage müssen? Ich finde es aber gar nicht mal so schlecht, wenn wir zur Garage müssen, weil ich finde, das Wendeltreppenhaus ist eine gute Gelegenheit zum Runtergehen. Jetzt wird sie. Hm. Ich habe das letztens schon mal gehabt mit Bereich Sichern auf dieser Karte. Da habe ich auch gemerkt, hm, weil der Garage reinkommen ist nicht, dann bin ich den weiten Weg gegangen übers Wendeltreppenhaus und bin dann über die große Tür rein in die Garage. Und konnte da zwei erwischen. Garage. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Vielleicht klappt es ja nochmal, ohne Termin und die Bahner. Fallen haben sie schon mal nicht, Kapschro haben sie. Ich glaube, Kapschro haben sie noch. Ich glaube, der letzte war Kapkan oder Tatschanka. 10 Sekunden bis 1. Wir hatten so einen... Ja, Kapkan. 5 Sekunden. Bei dem Luke oben habe ich auch gemacht. Entschärfer ist jetzt gesichert. Gelangst du in den Ort und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschauern. Ja, das bei dir war ja. Nein. Ich so. Die Kamera war mir nirgends. Ist die jetzt kaputt? Ja. Der andere hat da mit der Pistole dreimal draufgeschafft. Der Fenster oben ist noch zu. Okay. Mein Dilltron hat es nicht überlebt, schade. Kapkart. Ah. Das war ja rot markiert. Sie lokalisiert! Keller! Noch gar nichts zum Aufmachen. Sprengladung eingesetzt. Oh, bitte. Damit, da kommt da jemand raus. Pult ist tot. Pult ist tot. Das ist schon mal gut. Jetzt muss Krabbschfrau noch weg, dann sind wir erstmal halbwegs in Sicherheit. Ah, da ist jemand, oder? Jackal? Nee, Krabbschfrau Krabbschfrau. Das ist nicht gut. Glaub ich. Das ist ihr Ende, so Miserabio. Doc hat's geheilt. Doc hat's geheilt. Du hast ihn entschärmen lassen. Was ist denn? Jetzt war da der Spritzenmann. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Mich verarschen, Leute. Verzeiht für deinen Ace. Rot markiert ist ein böser Bub. Das kommt raus. Wenn jemand beim Entschärfer rauskommt, kann ich sagen. Hey. Aber der beim Entschärfer hockt, der hockt, glaube ich, in sicheren Entfernung. Der ist oben im Bad. Dann kann das ja eigentlich noch schiefgehen mit dir da an der Wand. Was immer. Weil irgendeiner wird rausspringen unten. Na, oben. Unten. Verletzt. Bei dem Entschärfer ist noch niemand, aber der könnte im Nebengang hocken. Eine Minute noch. Ja, ist doch wieso. Also der Spritzmann hockte direkt gegenüber der dicken Tür vom Entschärfer. Grabschfrau kommt unten am Entschärfer entlang, geht in den Keller. Ja. 25. Entschärfer wurde erneut gesichert. Gab Chance bei der Wendetreppe runter. Zehn Sekunden übrig. Mähe sie nieder. Fünf Sekunden übrig. Zeit abgelaufen. Ach man. Das nächste Mal gucke ich nochmal mit. Hat ich auch noch eine Drohne? Hm. Ich weiß es nicht mehr. Ich war immer zum falschen Zeitpunkt am falschen Fenster. Ich habe nämlich gehört, wie ich das gemacht habe. Und die Tür unten. Das ist ärgerlich. Es war schon eine ziemlich spannende Partie, aber gegen Ende bin ich auch zu leichtfertig da reingerannt. Zu zweit hätten wir vielleicht wieder was reißen können, aber so ist es halt gekommen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.